Hallo! Guck mal, Theo und Pia schreiben einen Text. Sie diskutieren darüber, welche Wörter sie groß und welche sie kleinschreiben müssen. Das ist manchmal gar nicht so einfach, finden die beiden. Deshalb lernst du heute ein paar Tipps kennen, die dir bei der Groß- und Kleinschreibung helfen. Weißt du noch, welche Wörter immer groß geschrieben werden? Die Wortart heißt Nomen. Man kann auch Substantive oder Hauptwörter sagen. Sicher kennst du schon die Regel, dass alle Wörter, die für Dinge, Menschen oder Tiere stehen, Nomen sind und deshalb groß geschrieben werden. Oft haben Nomen aber auch einen Begleiter, einen bestimmten oder unbestimmten Artikel. Also zum Beispiel der, die, das oder ein, eine. Manchmal stehen sie aber auch ohne Begleiter im Satz, wie hier. Ich weiß nicht, welchen Kuchen ich essen soll. Oder ein Adjektiv steht zwischen dem Artikel und dem Nomen. Zum Beispiel der große Hund. Hier musst du dann aufpassen und genau hinschauen. Es gibt aber auch noch viele andere Wörter, die zu den Nomen gehören. Die erkennst du aber vielleicht nicht so leicht, weil sie keine Menschen, Tiere oder Gegenstände sind und man sie nicht anfassen kann. Wir sprechen von abstrakten Begriffen wie Liebe, Freiheit oder Hoffnung. Ein Merkmal, an denen du solche Begriffe erkennen kannst, sind ihre Endungen. Vier davon lauten Heid, Keid, Nis und Ung. Beispiele für Nomen mit diesen Endungen sind zum Beispiel die Freiheit, die Klugheit, die Heiterkeit, die Finsternis, das Geheimnis, die Haltung, die Wanderung. Du kannst die Wörter mit den Endungen selbst bilden, indem du ein Adjektiv wie frei oder heiter nimmst und daran dann heid oder keid anhängst. Dann wird daraus Freiheit und Heiterkeit. Versuche es mal mit dem Adjektiv weise. Richtig, das Nomen dazu ist die Weisheit. Oder mit schön. Genau, die Schönheit. Und sauber? Die Sauberkeit. Klasse! Das geht aber auch mit Verben. Dazu brauchst du meist die Endung Ung. Aus dem Verb Impfen machen wir zum Beispiel mit der Endung Ung die Impfung. Versuche es doch gleich mal selbst. Heizen, erholen, begrüßen. Ganz genau. Es muss heißen die Heizung, die Erholung und die Begrüßung. Das klappt super! Hier nochmal das Wichtigste zusammengefasst. Nomen werden großgeschrieben. Wörter mit den Endungen Heid, Keid, Nis, Ung gehören zu der Wortart Nomen. Diese Nomen sind abstrakte Begriffe, die keine Menschen, Tiere oder Gegenstände sind. Nomen auf Heid, Keid, Nis und Ung lassen sich oft aus Adjektiven oder Verben bilden. Wenn du das beachtest, dann fällt es dir bestimmt leichter, in Diktaten oder selbstverfassten Texten herauszufinden, welche Wörter du groß und welche du klein schreiben solltest. Mir hat es heute viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!